4NTM-Gewinnerin Celine Bethmann ist den meisten durch die letzten Wochen als Date von Mats Hummels bekannt. Sie ist aktuell nicht in Palm Springs auf dem Coachella, sondern in Berlin und das ist eigentlich fast genauso gut. So, wir sind jetzt hier vom Coachella Festival und dachten wir nehmen euch ein bisschen mit und zeigen euch, was hier so geht. Ich klipp auf, ich klipp auf. Wenn man den ganzen Tag auf dem Festival chillt, kriegt man auch Hunger. Und hier haben wir diesen ganz typischen Mustafa-Denier-Döner, den gibt es nur in L.A. Und, ach, ganz wichtig, das ist Partyboot. Ihr seht schon, die sind alle schon im Vorheizen. Sagt man Vorheizen, Aufheizen, naja, auf jeden Fall, da geht die Stimmung ab, schaut euch die Leute an. Ich bin neidisch, aber wir müssen weiter. Hier ist es mega spannend, weil es sind direkt zwei Äckerns nebeneinander. Schaut euch sein, du Liebhaf, Lebensschwester. Schaut euch sein, du Liebhaf, Lebensschwester. Schaut euch sein, du Liebhaf, Lebensschwester. Schaut euch sein, du Liebhaf.